Momente, die einen aufregen. Aber ist ja klar, oder? Und er hat natürlich auch bemerkt, dass mein Aufrieger aufgeschlitzt ist. Wie eine Konservendose. Guten Morgen miteinander. Das war heute Morgen eine schwere Geburt. Ich hätte liebend gerne noch geschlafen. Aber wir müssen arbeiten. Sonst gibt es kein Geld, sagt der... Wer sagt das eigentlich? Ich. Ich sag das. Gestern habe ich noch bis 1 Uhr in die Nacht die Videos gesichert auf externe Festplatten, bla bla bla. Weil die Memory Cards, die waren voll. Und um 5 Uhr hieß es dann aufstehen. 5 Uhr 10 Uhr. Und ich bin wirklich in einem Stück habe ich durchgeschlafen. Also mit anderen Worten, sehr gut geschlafen, aber zu kurz. Und... Jo, aber das geht. Das geht. Wir haben jetzt ca. 2,5 Stunden. Und wenn wir irgendwie jetzt bei Antwerpen nicht in den Stau geraten. Im größeren. Dann... haben wir 2,5 Stunden bis zur Abladestelle. Und dann wollen wir mal hoffen, dass die dort schnell arbeiten. Dass das schnell geht. Wir sind jetzt kurz vor unserer Abladestelle angekommen. In Zeist. Ich hoffe, dass sie in Zeist ist. Weil... Das habe ich gestern vergessen zu erwähnen. Im Auftrag... Steht eine andere Stadt ca. Im Auftrag steht eine andere Stadt, die ist ca. 20 km von Zeist entfernt. Und... In den Papieren... Steht aber Zeist. Und eine komplett andere Firma auch. Die Disco hat gesagt, ich soll es erstmal... Laut Papieren machen. Und wenn... Wenn nicht, dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass es hier ist. Und die wissen ja wohl, wohin denen ihre Ware muss, oder? Ich hoffe jetzt nur, dass das nicht irgendwie die Adresse vom Büro oder so ist. Und das ist... 19 C4. 19 C3. Das ist da. Schauen wir mal. Wir haben jetzt folgende Situation. Es ist nicht die richtige Adresse. Hier ist zwar der Firmensitz. Wie ich mir das auch gedacht habe. Aber... Wir müssen zu einer anderen Adresse. Schauen wir mal, wie weit das ist. Wenden können wir hier auch nicht. Ich bin ein... Ja... Ich bin ein... Ich bin ein... Ich bin ein... ja die stelle nehmen wir ja das sind wieder so Momente die einen aufregen aber ist ja klar oder und er hat natürlich auch bemerkt dass mein aufreger aufgeschlitzt ist wie eine konservendose habe ich gestern gesagt dass england in der die engländer die weltmeister was kreisverkehr angeht sind man muss das jetzt zurückziehen und sagen die sind erst am zweiten platz erster platz definitiv holland habe schon sogar vergessen früher bin ich viel holland gefahren in letzter zeit wann war ich ja vor zwei monaten war ich das letzte mal mit dem pkw und ja sonst was holland angeht muss ich ganz ehrlich sagen das land gefällt mir sehr die wohngebiete die industriegebiete alles sehr gepflegt grün also weiß ich könnte mir schon vorstellen eventuell mal hier zu leben also so meine meinung die sprache ist zwar ja um es milde auszudrücken eine katastrophe ich weiß gar nicht wie man das lernen kann ob man das überhaupt lernen kann aber wie gesagt das land gefällt mir also ist schon so nach meinem geschmack kann mir vorstellen dass der lebensstandard hier wirklich sehr hoch ist belgien habe ich ja schon erwähnt in einem einem der video ist von früher also von vorher ist nicht so mein ding obwohl ich muss mich da auch ein bisschen korrigieren ich war ja gestern ja gestern und heute bin ich in diesem nordwestlichen teil unterwegs gewesen also ich weiß nicht das ist der die sprechen ähnlich wie die wie die holländer und da ist belgien schon viel sauberer auf die tankstellen da wo ich jetzt zum beispiel heute nacht geschlafen habe die tankstelle ist viel sauberer als als jetzt zum beispiel da unten in belgien wenn man richtung calais fährt von luxemburg aus also über lille richtung lille meine ich jetzt ja ob das jetzt ob das jetzt wirklich so ist dass da da ist ja da drei kantone gibt so weit ich informiert bin wenn ich falsch liege bitte korrigieren ob die leute wirklich diese drei kantone auch komplett andere lebensstandards haben und überhaupt ob die andere ist weiß ich verhaltensmuster eine andere kultur haben das weiß ich jetzt nicht aber mir kommt so vor also mir kommt so vor muss ich ganz ehrlich sagen und mir gefällt dieser ich sag es jetzt mal deutschsprachige raum weil ich verstehe da halt jedes dritte wort zirka wie die holländer auch man versteht ja da etwas ja auf jeden fall für das land holland daumen hoch von mir geprüft das ist ein siegel ja jetzt sind wir kurz vor der abladestelle ich hoffe vor der richtigen 15 vor 10 werden wir dort ankommen 10 uhr termin eigentlich habe ich gehofft eine stunde früher da zu sein hat sich aber nicht so ergeben naja da kann man einfach nichts machen das ist so da haben wir jetzt ja die firme Komplizierter geht es wohl gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal zur Waage, es müsste jetzt eine Straße weiter sein, dann habe ich so einen Magnetschlüssel bekommen und mit dem werde ich verwogen, dann fahre ich in eine komplett andere Richtung zum Abladen. Wenn ich abgeladen habe, muss ich wieder hierher zurück auf die Waage und dann wieder Papier holen. Also erstmal ist die Firma viel größer als ich dachte. Schauen wir mal, wie das hier läuft. 38 Tonnen und 540 Kilo Hammer. Adresse ein. 6,3 Kilometer. Ich habe gehofft, dass wir hier jetzt ein bisschen weniger Zeit verlieren. Ich habe gehofft, es wäre schon die Firma da. Zwei Rampen, beide leer. Super. Dann wo ich gesehen habe, dass die da drin 20 Papiere vorbereitet und Nummern und Magnetschlüssel, da habe ich mir schon gedacht, oh yeah. Weil wir sollten eigentlich bis 12 Uhr an der Ladestelle sein und ich weiß noch nicht mal wo die Ladestelle ist. Also wie weit die entfernt ist. Aber irgendwie packen wir das schon. Muss ja. Muss ja. Oder? Früher, wo ich noch gefahren bin, also selber gefahren bin, dann habe ich das eigentlich alles so mit einer Gelassenheit über mich ergehen lassen. Jetzt, wenn du selbstständig bist, ist das natürlich immer eine Sache, wo du denkst, jetzt sagen wir, weiß nicht, 50 Kilometer Umweg heute, das sind ja wieder mal, weiß nicht, 20 Euro Sprit. Ich meine 20 Euro, weißt du, man kann jetzt sagen, ja jetzt kommen auf diese ganze Tour 20 Euro, aber 20 Euro, wenn du mal jede Woche so eine Tour hast, sind das 80 Euro, die dir halt für nichts aus der Tasche geben. Das ist ja nicht eigentlich, ja. Man, ich muss schon sagen, also man schaut einfach als, aus unternehmerischer Sicht schaut man einfach auf diese Sachen anders. Das ist definitiv so, da kann auch jeder erzählen, was er will. Ich habe auch oft Gespräche mit meinen Fahrern, wenn es um Strafen geht, oder, ja, gut Strafen, da haben wir wirklich, wir haben jetzt, ich glaube in den letzten zweieinhalb Jahren, habe ich insgesamt, wenn ich jetzt die Schweiz nicht rechne, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, vielleicht 300, 400 Euro an Strafen gehabt. Nur die Schweiz waren wir mal auf der Achse überladen, auf der Antriebsachse. Und einmal ist uns ein Reifen geplatzt in Italien. Und, ja, wir haben neuen Reifen, alles neu hinten gemacht, nur ein Stück vom Kotflügel hat gefehlt. 400 Schweizer Franken und 1550 Schweizer Franken, weil er auf der Antriebsachse überladen war, obwohl er nur 15 Tonnen geladen hat. Das waren so zwei ganz harte Fälle. Alles andere, das sind 90 Euro, 50 Euro, 30 Euro solche Verstöße. Und ich zahle das auch in der Regel, also zum Beispiel, wenn jetzt die Schichtzeit überschritten wird, dann habe ich das so mit meinen Fahrern abgemacht, die schicken mir eine SMS. Ich habe nur noch so und so viel Schichtzeit, Situation ist folgende, was soll ich machen? Und dann schreibe ich ihm, egal, stelle ich an die Rampe und wenn du leer bist, stelle ich irgendwo hin, schlafen. Sollte was sein, zahle ich das. Und wir haben jetzt bis jetzt wirklich mit dem Ausdruck noch nie Probleme gehabt, bis jetzt vor zwei Wochen da ein Fahrer der BAG angehalten. Und die haben 90 Euro verlangt, weil er seine Schichtzeit, also gleiche Situation, der ist nach, weiß nicht, 14 Stunden Schichtzeit, musste er, also ist er zum Abladen gekommen, die haben ihn in die Rampe gerufen und es hat zwei, drei Stunden gedauert, bis die ihn abgeladen haben. Und der hat, glaube ich, um eine Stunde oder eineinhalb Stunden die Schichtzeit überzogen und durfte dort auch nicht stehen, musste also weg. Der hat sich praktisch nur, ja, einen Kilometer weiter gestellt in die Straße und trotzdem haben die ihn mit 90 Euro, ja, das ist jetzt halt so eine Sache. Der hat da auch einen Ausdruck gemacht und alles, aber, ja, manchmal, ja, auf jeden Fall, was wollte ich damit sagen? Ich wollte sagen, diese 20 Euro da, 50 Euro hier, links und rechts. Die Fahrer, es gibt halt oft Situationen, naja, nee, oft ist jetzt, das ist jetzt blöd gesagt. Es gibt Situationen, wo die Fahrer wirklich große Umwege machen, also vor kurzem jetzt hat einer seine Wochenendpause, also 24 Stunden Pause musste er machen, die Firma hat ihm vor der Nase praktisch zugemacht und dann ist er, ich glaube, das waren 72 Kilometer fast bis zur Tankstelle gefahren, also bis zum Autohof. Und dann habe ich ihn gefragt, ja gut, wie stellst du dich eigentlich vor? Ja, was soll ich machen, bla bla bla. Die anderen Fahrer, die tun ja auch alle, also vor der Firma oder irgendwo in der Nähe sich hinstellen. Aber nein, der ist da hingefahren. Jetzt sage ich ihm, ja, du musst dir halt vorstellen, das ist mit Sprit und Maut, ohne jetzt irgendwie da für Schleiß oder sowas zu rechnen, sind halt das 35 Euro. Und dann frage ich dich, sage ich ihm, würdest du aus deiner Tasche die 35 Euro geben und halt noch 10 Euro für den Autohof, damit du dort Pause machst oder würdest du vor der Firma stehen, wenn es dein Geld wäre? Ja, das ist ja nicht die gleiche Situation. Ich bin ja Fahrer, du bist Chef. Ja, sage ich, das ist nicht die gleiche. Du verdienst fast 2.000 Euro und ich verdiene an dem LKW vielleicht nicht mal 1.000 Euro. Und ich sage, ja, das ist nicht die gleiche Situation. Ja, und dann wusste er auch nicht mehr, was er sagen soll. Aber wie gesagt, was will ich damit sagen? Das ist halt alles Geld. Ich habe früher für eine Spedition gefahren, ist jetzt egal, Namen will ich nicht nennen. Also wir haben abgemacht, über Map&Guide abzurechnen. Und Map&Guide hat immer bei denen durch München durch, also nicht die Umfahrung A99, sondern durch München durch gerechnet. Und dann noch bei Rosenheim irgendwie so eine Abkürzung über die Bundesstraße, die man mit dem LKW gar nicht fahren darf. Und dann am Anfang habe ich gesagt, ja, egal, das sind ja nur, ich weiß nicht, das waren 42 Kilometer oder so. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, 42 Kilometer bei 1,10 Euro, das sind ja, also das ist ja Geld. Also das ist ja jedes Mal über 40 Euro und wir fahren zwei, drei Touren die Woche und das mal drei LKWs. Damals hatte ich drei LKWs bei denen. Das ist halt schon, man muss halt auf solche Sachen aufpassen. Das ist, wenn du selbstständig wirst, musst du einfach auf Sachen, die du früher überhaupt, die dich überhaupt nicht interessiert haben, musst du halt auf die achten. Sonst wird es halt teuer. Ja, ja, ich sehe schon, so schnell wird es hier nicht gehen. Ich schaue mal, ob wenigstens der Kollege vorfährt. Ja, der hat wahrscheinlich schon eine Rampe bekommen. Gut, das ist schon mal gut. Also, Rampe ist frei. Also, wir haben entladen. Wir müssen jetzt zur Waage fahren. Wir sind jetzt schon relativ spät dran, was das Laden angeht. Also, laut Navi 13.40 Uhr, wir müssen noch Papiere holen, noch zur Waage fahren, also 14 Uhr. Also, der Termin ist eigentlich bis 13 Uhr. Der Disponent hat gesagt, dass es trotzdem platten sollte, aber er es mir nicht zusichern kann. Jetzt schauen wir mal. 112 Kilometer, nah wie gesagt, eine Stunde 50. Wahrscheinlich gibt es da ja viel Bundesstraße oder so. Mein anderer Fahrrad, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das gesagt habe. Wir haben uns heute Morgen bei Antwerpen, also er hat dort geschlafen, auf einer Tankstelle. Er fährt Richtung England. Und er steht jetzt schon zwei Stunden vor der französischen Grenze im Stau in Belgien. Und nichts rührt sich. Ich glaube, der hat eine Stunde oder so. In einer Stunde hat er einen Kilometer gemacht. Er hat noch zwei Kilometer bis zur Grenze. Jetzt wissen wir nicht, ob eventuell die Franzosen wieder Grenzkontrollen haben oder... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn es so weitergeht, schafft er es nicht heute abzuladen. Also, wenn er jetzt heute nicht schafft abzuladen, muss er halt bis morgen warten. Und so, der hat ja praktisch, ja nicht volle Fahrzeit, aber der hat ja fast volle Fahrzeit. So könnt ihr dann wieder zurück nach Belgien. Wahrscheinlich laden wir in Belgien. Nein, ich bin mir sogar sicher, wir laden in Belgien. Wieder gefrorenes Gemüse. Und der könnte praktisch heute Abend schon da hinfahren. Und morgen mit voller Fahrzeit laden und losfahren. Ja, da steht, dass irgendwelche Probleme mit Immigranten... Der hat mir jetzt eine Nachricht geschickt. Und dass da irgendwelche Probleme mit Immigranten wären wieder. Super, super, super. Also, dieses England, das macht wirklich Spaß, England zu fahren. Und die Touren passen. Und die Dispo ist da wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und dann, ja, aber das sind so Sachen, die kannst du einfach nicht einplanen. Und das ist halt ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja, das macht halt eins schon nervös. Und die anderen zwei Äckeris laufen jetzt gut. Der eine hat heute Nacht Blumen abgeladen. Hat jetzt gerade wieder geladen für Holland. Und macht jetzt eine Pause. Und morgen früh muss er abladen. Hat wieder gleich eine Ladestelle zurück in den Raum Frankfurt. Der andere, der hat heute zwei Ladestellen, packt er aber heute, denke ich, problemlos. Und zwar, beide gehen nach in die Schweiz. Also, der Fahrer hat mich jetzt angerufen. Er sagt, dass die dort irgendwas munkeln, also zwischen den Fahrern. Dass irgendwie wieder Probleme mit Immigranten sind. Irgendwelche Ausschreitungen und weiß nicht. Und die lassen jetzt niemanden praktisch rein. Der steht zwei Kilometer jetzt genau vor der Grenze. und der steht. Ja, ich weiß es halt jetzt nicht. Wenn ja, kann er dann... Ich weiß nicht, wir können ja nur im Kontakt bleiben. Das ist halt scheiße. Das ist halt England, da kann man nichts. Ja. Ja. Er steht nach wie vor. Ja, also, jetzt hat er einen Kilometer. Das heißt, zwei Kilometer bis zur Grenze. Das heißt, er hat einen einen Kilometer geschafft in... Ja, zwei Kilometer in zwei Stunden, sagen wir mal so. Genau. Ja, ja. Schichtzeit geht alles. Alles geht kaputt. Aber was willst du jetzt machen? Das ist einfach so. Ja. Okay. Ciao. Hallo, noch mal vorm Schlafen gehen. Ich habe heute nicht viel aufgenommen, weil der Tag richtig stressig war, also richtig stressig. Ich bin auch gerade dabei, diesen Tag einzustufen. Und zwar wird das wahrscheinlich für August. August ist ja noch nicht vorbei. Aber, ähm... Ich glaube, das wird der Scheißtag des Monats. Also, irgendwie ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Dauernd Stau. Mein Fahrer stand an der französischen Grenze. Drei, vier Stunden. Hat es nicht zur Abladestelle geschafft. Er ist 15 Minuten zu spät gekommen. Die haben halt um 17 Uhr. Er ist 17.15 Uhr dort angekommen. Die wollten nicht mehr warten. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich habe... Warm ist es. Ich muss schon die Pause machen, die 11-Stunden-Pause. 15 vor 7. Es ist so warm. 28 Grad im Moment. Der Kühler... ähm... muss auf minus 25 runterkühlen. Man hört ihn ja wahrscheinlich. Ja, der wird mir jetzt so die ganze Nacht säuseln. Das ist aber weniger das Problem. Mehr ist das Problem seiner Hitze. Er ist ja direkt hinten an der Kabine. Parkplatz ist wieder so eine Sache. Ich habe... Ja... Ich würde mal sagen, widerrechtlich geparkt. Wie, ähm... Ja, mehr als die Hälfte der anderen LKWs auch. Also, 15 vor 7. Also nicht jetzt um 10 Uhr abends, 11 Uhr abends, dass ich Parkplatz gesucht habe. Nein. 15 vor 7. Ähm... Ich habe mich heute... Äh... Auch... Äh... Hat da viel zu tun. Und... Hat es nicht geschafft, dass sie uns auch treffen. Ähm... Ähm... Ja... Dirk... Schöne Grüße. Und... Ja... Was soll ich noch sagen? Morgen abladen. Morgen bis 16 Uhr muss ich abladen. Später machen die zu. Und das wird mehr als knapp. Also... Wir haben, wenn wirklich nichts dazwischenkommt, 8,5 Stunden Fahrzeit. Mit der 45 Minuten Pause ähm... Ist das genau 9 Stunden und 15. Und ich darf losfahren, 15 vor 6. Ja... Muss man kein großer Mathematiker sein. Also um 15 Uhr sollte ich, wenn wirklich alles, alles gut geht, dort sein. Aber... Naja... Versuchen werden wir es auf jeden Fall. Ja, und das andere bleibt den Baustellen überlasten. Ich haue mich jetzt auf sowas. Also ich bin wirklich müde. Ich musste auch... Ähm... Ja, ich weiß nicht. Ob ich das schon erwähnt habe oder nicht. Ähm... Ich musste selber laden. Ich weiß nicht, wie viel da war. 0 Grad oder so. Und ich wollte eigentlich... Erstmal musste ich die ganzen Paletten aus dem Palettenkasten raus. Bei... Ich glaube, das war 29 Grad. Die ganzen Paletten raus. Und dann... Wollte ich eigentlich nur... Drinnen hatte ich noch 7 Paletten. Wollte ich sehen, ob er die auch genommen hat. Und dann drückt er mir... Aber ich musste erst mal Kittel anziehen. Und... Äh... Harnetz und was weiß ich. Äh... Da musst du durch so ein paar Türen schleusen. Hin und her. Und ich bin so kurzärmlich rein. Und sagte er... Ja, du musst selber laden. Ja, wie jetzt? Selber laden. Ja, selber laden. Dann musste ich halt selber laden. Ich hatte einfach keine Lust mehr raus. So habe ich mit kurzen Ärmeln und... Ja... Kurzen Hosen... Den LKW geladen. Naja... Das gehört halt auch dazu. Ich hatte einfach keine Lust mehr LKW. Wieder alles. Die ganze Tortur von vorn. Und ich wollte es einfach nur schnell rein und... Und weiter. Ja, das war es eigentlich. Äh... Wie gesagt, bis morgen. Schauen wir mal, was der Tag morgen so bringt.